Es hat das Krankenhaus bei uns angerufen und hat mit meiner Mutter geredet. Die haben meiner Mutter gesagt, dass ich Krebs habe. Meine Mutter hat mich in den Arm genommen und angefangen zu weinen. Bläh. Krebs. Die Zeit war sehr schwer. Ich meine, jeder der Krebs hat, hat eine komplett schwere Zeit. Ich hatte eine Erinnerung für mich, weil ich halt auch durch dieses Teil gesund geworden bin. Und durch die Chemo. Die Mutter war eigentlich immer total gesund und irgendwann ging es los, sie war müde. Ich hatte Krebs. Aber das ist auch schon fast fünf Jahre her.